Die am Lachen ist. Halt, stopp! Da waren schon die ersten Ressourcen. Ja. Mein kleiner Freund, du kriegst auch noch dein Zuhause. Ich hoffe, wir finden jetzt nicht Kohle oder so ein Kram. Weil da müssen wir ihn nämlich einmal ablegen, ohne weiterzufahren. Ihr wisst, wir haben einen schon. Wir haben einen. Nein, es war Günni. Günther. Günther. Und da ist Kohle. Oder? Oder was ist das? Ist das Kohle? Nein, ach, das macht pure Eis. Oh Gott. Nein, wir haben Günther hinter uns gelassen. So, er lacht uns jetzt das Ohr voll. Weil er bei uns in Tash ist. So, wie gesagt, nicht desto trotz, wir brauchen dieses Nahrungszeug. Da ist nochmal ein bisschen Chemikalie. Haben wir ja auch was verbraucht. Würde ich auch nehmen. Wie er sich freut. Ja, endlich nimmt mich einer mit. So, da. Oh, Nahrung. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wie gesagt, nehmen alles mit, was wir kriegen können. Diesmal sind wir wieder auf alles Tour. Halt, stopp. Aber der Zug wird immer größer. Je größer der Zug wird, desto weiter werden natürlich auch die Wege. Und desto mehr musst du natürlich auch aufpassen. Boah, Alter. Wenn ich mir jetzt hier vorstelle, hier so eine riesige geile Kabine und so drauf. Mann. Warum dauert das noch so lange? Aber wir haben ja wenigstens schon mal eine Reling gebaut oder so. Äh, ja. Äh. Aua, Alter. Hua, Bruder. Hua. Alter. Boah. Habe ich mich jetzt erschrocken. Alter Schwede. Habe ich mich jetzt erschrocken. Was ist denn mit ihm? Komm doch her, wenn du was willst. Ja, da guckst du, ne? Ich habe aufgerüstet. Du kleiner Schlingel. Ja. So. Ja, da guckst du, ne? Boah, Alter. Habe ich mich erschrocken. Alter, ich habe mich voll verjagt. Was kann der doch nicht bringen? Gut, 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 gut. Oh, Essen. Habe ich mir beinahe vergessen. Essen habe ich mir beinahe vergessen. Und da ist noch... Boah, Scrap Metal. Was ist denn da los? Das geht auf keine Kuhhaut. So. Oh, lecker Fleisch. Oh, lecker Fleisch. Oh, oh, Fleisch. Oh, oh, Fleisch. Leder haben wir alles voll gehabt. Ich hatte, glaube ich, Leder. Ja. Oh, seht ihr? Die Seeds. Oh ja, die Tomato. Die Tomato Seeds. Ja. Ja, wir müssen unbedingt den Garten nochmal bauen. Hier haben wir ja jetzt Platz dafür. Äh, ja. Essen. Ein leckeres Steak, bitte. Ja, ein bisschen Zink. Und wir haben wieder diese Nahrungszeug. Ähm. Ja. Würde ich hier einen Sterilisierer herstellen von. Nein. Nein. Ja. Zink. Äh, wir brauchen, glaube ich, dafür... War das Chemikalie? Mit dem Sterilisierer? Müssen wir mal gucken. Weil wir brauchen die Flasche, ne? Hatten wir davon noch was übrig? Ja. Drei. Müssen wir mal gucken. So, warte mal. Äh, Lab. Können wir drei Stück herstellen? Das ist sehr schön. Ähm. Ich hau mir mal... Ja, ich hau mir mal das Steak rein. Will mal was zu trinken herstellen. Zwei Fläschchen. Ich düse mal eine Runde weiter. Dann können wir noch mal ein bisschen... Währenddessen was sammeln. Während das gerade noch ein bisschen brutzeln alles. So. Der kleine Schneicht mir ins Ohr. Da unten ist noch Chemikalie. Schnitzel. 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 Nein, Fett. Gut, aber Fett haben wir auch verbraucht, ne? Schnitzel. Schnitzel. Kommt ihr wieder? Ich will ein bisschen angeln. Piu. Diesmal gab's nichts. Aber jetzt vielleicht. Fett. Ah, gut. Besser... Fett, Fett. Besser mehr zu haben als zu wenig, ne? Oh, zwei Schnitzel. Geil. Ich liebe Schnitzel. Ist übrigens mein Lieblingsgericht. Jägerschnitzel. Jägerschnitzel. Oh, geil. Ich liebe Jägerschnitzel. Wer liebt noch Jägerschnitzel? Es gibt nichts geileses, wie ein geiles Jägerschnitzel mit Pommes. Kann mal einer erzählen, was er will. So, warte mal. Äh, wir haben trinken. Ich trinke mal eben die zwei. Dann sind wir nämlich wieder gut gefüllt. So. Heißt also... Nein. Ja, ist doch gut, mein Kleiner. Denn ich weiß, dass du in der Tasche sehr aufgeregt bist. Wir kriegen das schon hin. Wir brauchen erstmal noch einen, ne? Ah ja, Zink und Dings brauchen wir dafür, ne? Warte. Zink hatten wir hier oben, ne? Ja, genau. Ein Zink, ne? Ja. Ich glaube, ein Barren, dann haben wir, glaube ich, alles. Genau, wir brauchen drei davon. Genau, dann würde ich mit denen mal eben... Oh, ich habe einen nur hinzugefügt. Okay. Jupptudu. Jupptudu. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Als nächstes würde ich den Garten bauen. Äh. So, Sterilisierer packe ich hier rein. Dann wissen wir, dass wir ja Brennstoff haben. Das ist gar nicht mehr so schlecht mit dem Brennstoff, tatsächlich. Das funktioniert ganz gut. Ich hätte mal... Ich habe echt gedacht, das ist ein bisschen anders, aber... Ähm. Das klappt doch ganz, 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 ganz toll. Ähm. Ich habe gedacht, dass es länger braucht. So, wir können jetzt natürlich quasi gleich... ...leveln. Ähm. Wir haben... Wo habe ich denn das Ding sind reingepackt? Und wo bauen wir denn eigentlich die Pipes? Bauen wir die hier? Ne. Die Pipes bauen wir bestimmt woanders. Äh. Da ist es. Einmal würde ich jetzt schon mal Blueprint setzen. Einmal den Garten hätte ich gerne. Garten brauche ich auch zwei Schrauben. Willst du mich veräppeln? Den Garten baue ich mal hier hin. Warte. Oder? Oder mache ich den hier beim Essen hin? Na, hier geht es ja nicht. Ne, komm. Komm, ich baue den hier hin. Warte. Ja. Und dann würde ich einmal für den Herrn Kollegen hier... Ich weiß nicht, warum ich das nicht... Warum kann ich das nicht nochmal bauen? Oder ist das pro Plattform? Das ist bestimmt pro Plattform begrenzt. Weil hier haben wir einen. Hier haben wir einen. Ja, dann muss er hier hin. Bleibt nichts anderes übrig. Dann muss er hier hin. Dann baue ich ihn hier hin. So. Brauchen wir denn dafür alles? Ja, Schrauben haben wir. Aber ich würde jetzt den Garten bauen, tatsächlich. Hinzufügen. Wir brauchen zweimal Nahrung dafür. Lul. Okay. Warum auch immer. Gut, dann sammeln wir ein bisschen weiter. Einmal Nahrung. Organisches Zeug. Schneich mir doch nicht ins Ohr. Wie, du kotzt mir in den Rucksack. Dann ist was los. Dann ist aber richtig was los hier. Dann bist du das letzte Mal Zug gefahren. Ja. Also können wir Chemikalien jetzt gut gebrauchen, wenn wir, wie gesagt, den Chironisierer bauen, zum, zum, für Brennstoff und so. Halt, stopp. Das Eis nehmen wir mit. So. Hier ist doch schon auch noch was. Ich hab's doch gewusst. Nicht so schnell düsen. Das geht alles so schnell vorbei. Ich hab Angst, dass ich hier, wie gesagt, was übersehe. Aha. Halt, stopp. Nicht so schnell. Das geht mir alles so schnell hier. Wie gesagt, ich hab echt ein bisschen Muffen, dass wir hier alles liegen lassen, was wir eigentlich gut... Oha, ich seh dich, mein Freund. Oh ja, mein Freund. Ich seh dich und hör dich. Aber dafür möchte ich meine gute Munition nicht verbrauchen. Ja, mein Kleiner. Jetzt wurde ich mitgerechnet, ne? Und wir haben wieder Schnitzel, was sehr schön ist. Können wir da auch nochmal Schnitzel raus, vielleicht? Leder. Wieder Leder. Ist nicht so, dass wir genug Leder haben, ne? Kommt her! Ich will noch ein Schnitzel! Egal. Aber machen wir noch leckeres Schweinesteak. So, ähm. So, warte mal. Haben wir jetzt alles? Ne, wir brauchen noch Dings, ne? Wir brauchen noch einmal organisches Zeug. Fett. Fett wird auch so langsam voll. Oha, wir haben keinen Platz mehr für Leder, ne? Seed würde ich schon mal mitnehmen. So, äh. Chemikalie ist hier voll. Fangen wir hier oben schon mal an eine neue Reihe. Zink. Getränke, ne? Genau. Ähm. So, warte mal. Wir brauchen noch ein bisschen organisches Essen. Hallo Scrap Metal, mein Freund. Hallo Scrap Metal, mein Freund. Und hallo Zink, mein Freund. Voll selten essen gerade irgendwie. Also voll selten organisches Zeug. Warum auch immer. Aber ich glaube, ich habe was gesehen. Ja. Sehr schön. Dann können wir den Garten fertig machen. Dann können wir die Seeds anpflanzen. Ich bin gespannt, was die... Die brauchen bestimmt Wasser oder so. Oder ist das der Wasserbidon, den wir haben? Dass der dafür vielleicht ist. Oh, was ist das denn? Oh, Moment. Halt. Stopp. Ah. Bremse. Notbremse. Nahrung. Und Holz. Und was ist da? Zink. Habe ich Zink einfach liegen lassen? Und da ist Holz. Ne. Würde ich da jetzt noch hinkommen mit meinen Ringen? Tatsächlich. Aber zurückfahren kann ich nicht. Zurückfahren kann ich anscheinend nicht. So, warte mal. Äh. Ja, warte. Back to train. So. Heißt also. Der Garten ist fertig. Create. Tomato Seeds. Createn. Ah, das dauert. Okay, wir müssen nicht gießen. Das macht er automatisch. Das ist sehr schön. Das dauert ein bisschen. Wahrscheinlich werden wir da mehr satt von. Wie alles andere. So, Schwitzelchen. Das kann auch da rein. Wir haben wieder Wood auf Tash. Was ich sehr feiere. Wood ist wieder voll. Zink wird auch so langsam voll. Genauso wie Chemikalien. Was auch sehr schön ist. So, das heißt, ich würde jetzt einmal eben das Research leveln. Da. Dann haben wir das. Und dann mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin so gespannt. Wuuh. Geil. Entschuldigung, habe ich nochmal heimisch getrunken. Was kommt als nächstes? Was? Boiler Upgrade. Was zur Hölle? Maximale Steam Kapazität. Hm. Und Ammonation. Anlag Upgrade. Ach, Reifel Ammo. Shotgun Ammo. Ach so. Ach cool. Da können wir dann Silber. Oh, dafür brauchen wir Leder. Holy shit. Aber immer noch keine Wände, ne? Heißt also. Ich würde mal eben Trinken herstellen. Weil wir es gerade auf Tesch haben. Ähm. Frage ist, wann kriegen wir Wände? Alter, ab wann kann man Wände bauen? Weil es wird ja auch den Zug halt schon schützen, ne? Äh. Ach so, wir wollten den Kollegen dahinten noch fertig machen, ne? Der uns im Ohr haucht. Die ganze Zeit. Was brauchen wir denn dafür? Nochmal Schrauben, ne? Ah, Schrauben. Wire. Haben wir noch... Haben wir noch, äh, Kupferbarren? Ja, einen haben wir noch. Und zweimal... Was war das? Zweimal Kupferbarren. Und viermal Stahlbarren. Zweimal Kupferbarren, viermal Stahlbarren. Okay, also ein Kupferbarren. Wollen wir noch? Ach so, Chemikalien. Na, vielleicht können wir irgendwas sammeln. Schaut mal. So. Organisches Zeug, wie gesagt, sollten wir auf jeden Fall, ne? Wenn wir wieder irgendwas craften müssen. Aber wir können nach den Pipes mal gucken, wo wir die in den nächsten... Oh, warte mal. Organ, organisches Zeug. Hallo. Ob wir die Pipes an dem, an dem, an dem Dings brennen können? Glaube ich nicht, oder? Oder können wir die jetzt an der, an der Werkbank bauen? Ah, hier bauen wir die. In Building and Crafting, various details will always come in handy. One distance, one of this. Ist ja interessant. Wahrscheinlich müssen wir sowieso alles umbauen, weil wir die Steam Engine bauen. Nein, ich wollte dich gar nicht. Aber wenn du mit dem Schnitzel... Ja. Tomatos. Lecker. Würde ich erst mal drin lassen. Ich grill uns mal eben schnell ein Schnitzelchen nochmal. Äh. Wo hab ich denn? Hab ich? Achso. Er hat kein Dings mehr. Alles klar. Äh. Ja. Wir wollten... Achso. Ein Kupferbarren bauen. Und vier. Wir brauchen viermal... Das reicht nicht, ne? Na. Ich glaube, wir brauchen sechsmal... Sechsmal... Ja. Ich glaube, wir brauchen sechs Scrap Metal. Wir sind ja nur am Bauen, ne? Die ganze Zeit. Nein, wir brauchen mehr. Das, äh... Ja. Wir müssen echt mal eine Tour nur... Äh, nur sammeln. Ja, du kriegst ein Plätzchen gleich. Also, dass wir nur looten. Ich das privat mal machen. Aber ich würde euch ja gerne, wie gesagt, mitnehmen bei allem. Also, ich glaube nicht, dass ich damit anfange, irgendwie... Privat zu sammeln. Hey, Leder. Wow. Haben wir ja noch nicht genug von. Oh, Mann. Achso. Fuel Field. Aber natürlich. Achso, wir brauchen ja Schrauben, ne? Wann hat's zwei oder waren's vier? Ich gucke. Es sind zwei Schrauben, die wir brauchen. Und zweimal, äh... Kupferdraht. So, warte mal. Workbench. Zweimal Kupferdraht. Und zweimal Schrauben können wir gleich herstellen. Äh, was hat er Schönes? Gut. Unser Schnitzel ist auch fertig. Ich will gleich noch was zu trinken herstellen. Zwei Fläschchen. So, dann stellen wir nochmal zweimal Schrauben her. Und dann können wir sein Plätzchen bauen. Dann gucken wir mal wegen den Tomaten, was sie so an Essen bringen. Die werden bestimmt mehr bringen, wie alles andere. Und ich bin tatsächlich geneigt dazu, vielleicht doch die Steam Engine zu bauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber... So. Kann ich ihn platzieren? Unequipped? Replace? Place. So. Wie nennen wir ihn denn? Günther ist es ja nicht, ne? Der kann immer vorausgucken. Das ist ja schön. Ah, wie nennen wir ihn denn? Dieter 2 ist auch blöd, ne? Äh, äh, ähm. Nee. Günther. Günther 2 ist auch blöd, oder? Wie wär's mit... Friedhelm? Komm, wir nennen ihn Friedhelm. Friedhelm. Hm? Friedhelm, mein Kleiner. Was, was, was war hier kaputt mit 60? Ich hab irgendwas gesehen. Oh, wir müssen unbedingt reparieren, den Driller. Oh ja, warte mal. Wir haben sogar noch einen Barren in der... Auf Tash. Ja. Ah, ist okay. Schauen wir mal eben, was hier so gelitten hat beim, beim Schusswechsel. 98, 99, 99. Äh... Äh... Stahlwaren, Stahlwaren, Stahlwaren. Ja. Haben wir nicht. Haben wir nicht. 98, okay, das geht ja noch. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Gut, ich guck mal eben, Tomatos. 10% Food, das ist ja gar nichts. It's edible. But you better cook it for... Greater... Uh, warte mal. Kochen? Was können wir denn damit kochen? Gar nichts. Dann würde ich das behalten. Weil wenn wir da ein neues Rezept kriegen oder so, würde ich das doch tatsächlich behalten. Ich trinke mal eben was. Und zwei Schnitzel hau ich mir rein, dann sind wir voll gesättigt. So, heißt also, ich würde... Lass mal eben kurz gucken. Nein. Wird gern einmal das Buch. Wo bauen wir eigentlich die Steam Engine? Ach ja, das bauen wir ja im Depot, ne? Stimmt ja, da war ja was. Das, äh, ja. Ähm... Heißt also... Heißt also, wir müssen im Depot die Steam Engine bauen. Gut. Heißt, wir werden erstmal ein bisschen looten, ein bisschen farmen, wie immer. Und guck mal, was uns erwartet auf unserer Reise hier mit dem Zug. Vielleicht werden wir ja wieder ein bisschen Action erleben. Jetzt haben wir ja einige Folgen lang haben wir jetzt ja auch gebaut, wie so ein... Wie die Wahnsinnigen. Aber wir müssen ja jetzt auch ein bisschen Ressourcen sammeln. Sonst haben wir das Problem, dass wir nichts mehr haben demnächst wieder. Wenn wir nur am Bauen sind... Wir, wir, wir krakeelen ja, oder wir... Nicht krakeelen, aber wir, wir, wir nagen ja quasi immer am Existenzminimum, was, was Spread Metal angeht. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Alternative dazu. Ich weiß es ja nicht. Oder vielleicht anstatt zwei Spread Metal nur noch eins zu benutzen. Müssen wir mal schauen. Da hinten sehe ich, glaube ich, eine Insel kommen. Bin mir aber nicht sicher. Bin gespannt, ob Friedhelm jetzt was sammelt. Weil Günther war ja nicht so aktiv am Sammeln. So, wir nehmen alles mit. Alles, was da ist. So, warte mal. Uh, Spread Metal. Ne, Lieder brauchen wir gar nicht mehr. Lieder haben wir genug.